Das Westminster-Bekenntnis Kapitel 1 von der Heiligen Schrift Artikel 1 Die göttliche Offenbarung Obwohl das Licht der Natur und die Werke der Schöpfung und Fürsorge die Güte, Weisheit und Macht Gottes so weit offenbaren, dass sie die Menschen ohne Entschuldigung lassen, reichen sie doch nicht aus, um jene Erkenntnis Gottes und seines Willens zu geben, die zum Heil notwendig ist. Darum hat es dem Herrn gefallen, sich selbst zu verschiedenen Zeiten und in unterschiedlichen Arten und Weisen seiner Kirche zu offenbaren und ihr diesen, seinen Willen, zu erklären. Und danach diesen zur besseren Bewahrung und Verbreitung der Wahrheit und zur sicheren Gründung und Stärkung der Kirche gegen die Verdorbenheit des Fleisches und die Bosheit des Satans und der Welt ganz und gar der Schrift anzuvertrauen. Dies macht die Heilige Schrift höchst notwendig, nachdem jene früheren Wege, auf denen Gott seinem Volk seinen Willen offenbarte, nunmehr aufgehört haben. Artikel 2 Die Bücher der Heiligen Schrift Unter dem Namen Heilige Schrift oder das geschriebene Wort Gottes werden jetzt alle Bücher des Alten und Neuen Testaments zusammengefasst, nämlich folgende Altes Testament Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Joshua, Richter, Ruth, Erster Samuel, Zweiter Samuel, Erster Könige, Zweiter Könige, Erste Chronik, Zweite Chronik, Ezra, Nehemiah, Esther, Hiob, Psalmen, Sprüche, Prediger, Hohelied, Jesaja, Jeremia, Klagelieder, Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadia, Jona, Micha, Nahun, Habakuk, Zephania, Haggai, Zacharia, Maleachi Neues Testament Die Evangelien nach Matthäus, Maukus, Lukas, Johannes Die Apostelgeschichte Die Briefe des Paulus an die Römer Erster Korinther Zweiter Korinther Galater Epheser Philippa Kolossa Erster Thessalonicher Zweiter Thessalonicher Erster Timotheus Zweiter Timotheus Titus Philemon Der Brief an die Hebräer Der Brief des Jakobus Erster und Zweiter Brief des Petrus Erster, Zweiter und Dritter Brief des Johannes Der Brief des Judas Die Offenbarung Diese wurden alle durch die Inspiration Gottes gegeben um die Richtschnur des Glaubens und Lebens zu sein. Artikel 3 Die Apokryphen sind menschliche Schriften Die Bücher, die gewöhnlich Apokryphen genannt werden, sind kein Bestandteil des Kanons der Schrift, da sie nicht von Gott inspiriert sind und haben deswegen keine Autorität in der Kirche Gottes und sollten in keiner anderen Weise anerkannt und gebraucht werden als andere menschliche Schriften. Artikel 4 Die Heilige Schrift beruht auf dem Zeugnis Gottes Die Autorität der Heiligen Schrift, um deretwillen man ihr glauben und gehorsam sein muss, beruht nicht auf dem Zeugnis irgendeines Menschen oder einer Kirche, sondern völlig auf Gott, der die Wahrheit selbst ist, als ihrem Autor. Und darum ist sie anzunehmen, weil sie das Wort Gottes ist. Artikel 5 Das Zeugnis des Geistes und die Hilfe der Kirche Wir können zwar durch das Zeugnis der Kirche dazu bewogen und angeleitet werden, die Heilige Schrift hochzuschätzen und ehrerbietig zu betrachten, auch das himmlische Wesen des Inhalts, die Wirksamkeit der Lehre, die Erhabenheit der Redeweise, die Übereinstimmung all ihrer Teile, der Gesamtzweck des Ganzen, der darin besteht, alle Ehre Gott zu geben, die von ihr gewährte, völlige Enthüllung des einzigen Weges zum Heil für den Menschen, die vielen anderen unvergleichlichen Vorzüge und ihre gänzliche Vollkommenheit darin, sind Gründe, durch die sie zum Überfluss beweist, dass sie das Wort Gottes ist. Aber trotzdem kommt unsere volle Überzeugung und Gewissheit von ihrer unfehlbaren Wahrheit und ihrer göttlichen Autorität aus dem inneren Wirken des Heiligen Geistes, der durch und mit dem Wort in unserem Herzen Zeugnis gibt. Artikel 6 Wie gewinnen wir Erkenntnis aus der Schrift Der ganze Ratschluss Gottes in Bezug auf alles, was zu seinen eigenen Ehre und zum Heil, zum Glauben und zum Leben des Menschen nötig ist, ist entweder in der Schrift ausdrücklich niedergelegt oder kann durch gute und notwendige Schlussfolgerungen aus der Schrift hergeleitet werden. Zu ihr darf zu keiner Zeit etwas hinzugefügt werden, es sei durch neue Offenbarungen des Geistes oder durch menschliche Traditionen. Trotzdem erkennen wir an, dass die innere Erleuchtung des Geistes Gottes zum heilschaffenden Verständnis solcher Dinge, die im Wort geoffenbart sind, notwendig ist. Und dass es einige Umstände bezüglich des Gottesdienstes und der Kirchenleitung gibt, die allen menschlichen Handlungen und Gesellschaften gemeinsam sind, die durch das Licht der Natur und christliche Klugheit nach den allgemeinen Regeln des Wortes, die stets beachtet werden müssen, geordnet werden müssen. Artikel 7 Die Klarheit der Schrift in Bezug auf das Heil In der Schrift sind nicht alle Dinge gleichermaßen in sich selbst klar und auch nicht gleichermaßen klar für alle. Aber diejenigen Dinge, die zu erkennen, zu glauben und zu beobachten zum Heil notwendig sind, sind an der einen oder anderen Stelle der Schrift so klar dargelegt und aufgedeckt, dass nicht nur die Gelehrten, sondern auch die Ungelehrten bei rechtem Gebrauch der gewöhnlichen Hilfsmittel zu einem hinreichenden Verständnis derselben gelangen können. Artikel 8 Die Schrift muss in die Umgangssprachen übersetzt werden. Das Alte Testament Das Alte Testament auf Hebräisch, das von Alters her die Muttersprache des Volkes Gottes war, und das Neue Testament auf Griechisch, das zur Zeit der Niederschrift den Völkern am allgemeinsten bekannt war, sind unmittelbar von Gott inspiriert und durch seine besondere Fürsorge und Vorsehung zu allen Zeiten rein bewahrt worden und sind deshalb authentisch, sodass sich die Kirche in allen Religionsstreitigkeiten letztlich auf sie zu berufen hat. Aber weil diese Ursprachen nicht dem ganzen Volk Gottes bekannt sind, das Anrecht und Interesse an der Schrift hat und das Befehl empfangen hat, sie in der Furcht des Herrn zu lesen und zu erforschen, so ist sie deshalb in die Umgangssprache jedes Volkes, zu dem sie gelangt, zu übersetzen, damit das Wort Gottes in allen reichlich wohnt und sie ihm in wohlgefälliger Weise dienen und durch Geduld und Trost der Schrift Hoffnung haben. Artikel 9 Die Schrift legt die Schrift aus Die unfehlbare Regel der Auslegung der Schrift ist die Schrift selbst. Wenn deshalb eine Frage über den wahren und vollen Sinn einer Schriftstelle besteht, der nicht vielfältig, sondern nur einer ist, so muss er aus anderen Stellen, die klarer reden, erforscht und verstanden werden. Artikel 10 Alles ist an der Schrift zu prüfen Der oberste Richter, vor dem alle Religionsstreitigkeiten zu entscheiden sind und alle Konzilbeschlüsse, Meinungen der alten Schriftsteller, Lehren der Menschen und Meinungen Einzelner zu prüfen sind und in dessen Urteil wir zur Ruhe kommen müssen, kann niemand anders sein als der Heilige Geist, der in der Schrift redet. Kapitel 2 Von Gott und der Heiligen Dreieinigkeit Artikel 1 Der wahre Gott Es ist nur ein einziger, lebendiger und wahrer Gott, der unendlich in Wesen und Vollkommenheit ist, Ganz reiner Geist Unsichtbar Ohne Körper, Körperteile und Leidenschaften Unveränderlich Unermesslich Ewig Unbegreiflich Allmächtig Allwissend Absolut heilig Ganz frei Ganz absolut Alle Dinge Nach dem Ratschluss seines eigenen unveränderlichen und höchst gerechten Willens wirkend zu seiner eigenen Ehre Höchstliebend Gnädig Barmherzig Geduldig Überreich an Güte und Wahrheit Der Missetat Übertretung und Sünde vergibt Ein Vergelter derer, die ihn eifrig suchen Und zugleich auch höchst gerecht Und schrecklich In seinen Gerichten Der alle Sünde hasst Und der auf keinen Fall Den Schuldigen freisprechen wird Artikel 2 Gott und die Schöpfung Gott hat alles Leben und alle Herrlichkeit Güte und Glückseligkeit in und von sich selbst und ist alleine in und für sich selbst allgenugsam Ohne auf irgendwelche Geschöpfe angewiesen zu sein die er geschaffen hat und ohne von ihnen irgendwelche Ehre abzuleiten Sondern er tut nur seine eigene Ehre in, durch, an und über denselben Kund Er ist die alleinige Quelle allen Seins Von dem durch den und zu dem hin alle Dinge sind Und hat über sie absolut Souveräne Macht Durch sie Für sie Und an ihnen zu tun Was immer ihm gefällt Vor seinen Augen sind alle Dinge offen aufgedeckt Sein Wissen ist unendlich Unfehlbar Und unabhängig von den Geschöpfen Wie auch nichts für ihn zufällig oder ungewiss ist Er ist ganz und gar heilig in allen seinen Ratschlüssen in allen seinen Werken und in allen seinen Geboten Ihm sind Engel und Menschen und jegliches andere Geschöpf die Anbetung den Dienst oder den Gehorsam schuldig die er nach seinem Wohlgefallen von ihnen verlangt Artikel 3 Die Dreieinigkeit In der Einheit der Gottheit sind drei Personen mit einem Wesen einer Macht und Ewigkeit Gott der Vater Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist Der Vater ist von niemandem geboren noch ausgegangen Der Sohn ist ewig vom Vater geboren Der Heilige Geist geht ewig vom Vater und vom Sohn aus Kapitel 3 Von Gottes ewigem Ratschluss Artikel 1 Gottes Ratschluss Gott hat von aller Ewigkeit her nach dem höchst weisen und heiligen Ratschluss seines eigenen Willens frei und unabänderlich alles angeordnet was auch immer sich ereignet ist Artikel 2 Gott der Urheber der Sünde ist noch dem Willen der Geschöpfe Gewalt angetan wird noch die Freiheit oder Zufälligkeit der zweiten Ursachen aufgehoben sondern diese sondern diese vielmehr in Kraft gesetzt werden Artikel 2 Gottes Vorherwissen und sein Ratschluss Obwohl Gott alles weiß was unter allen vorausgesetzten Bedingungen geschehen kann und mag so hat er doch nichts deshalb beschlossen nur weil er es als zukünftig vorausgesehen hat oder als etwas das sich unter solchen Bedingungen ereignen würde Artikel 3 Erwählung und Verwerfung Durch den Ratschluss Gottes sind zur Offenbarung seiner Ehre einige Menschen und Engel zum ewigen Leben vorherbestimmt und andere zum ewigen Tod verordnet Artikel 4 Die Zahl der Erwählten steht fest Die so vorherbestimmten und vorausverordneten Engel und Menschen sind speziell und unabänderlich bezeichnet und ihre Zahl ist so sicher und begrenzt dass sie weder vermehrt noch vermindert werden kann Artikel 5 Erwählung aus freier Liebe Diejenigen die aus der Menschheit zum Leben vorherbestimmt sind hat Gott vor Grundlegung der Welt nach seinem ewigen und unabänderlichen Vorsatz und dem verborgenen Rat und guten Wohlgefallens seines Willens in Christus zur ewigen Herrlichkeit erwählt und zwar aus völlig freier Gnade und Liebe nicht aus irgendeiner Voraussicht des Glaubens oder guter Werke oder des Beharrens in einem von beiden und ohne dass ihn sonst irgendetwas in dem Geschöpf als Vorbedingung oder Ursachen dazu bewogen hätten und das alles zum Preis seiner herrlichen Gnade Artikel 6 Folgen der Erwählung Gottes Handeln am Erwählten Wie Gott die Erwählten zur Herrlichkeit bestimmt hat so hat er auch alle Mittel dazu durch den ewigen und völlig freien Vorsatz seines Willens vorherbestimmt deswegen sind die die erwählt sind nachdem sie ihm Adam gefallen sind durch Christus erlöst worden sie werden zum Glauben an Christus wirksam berufen durch seinen Geist der zur rechten Zeit wirkt sie werden gerechtfertigt als Kinder angenommen geheiligt und durch seine Macht durch den Glauben zum Heil bewahrt keine anderen werden von Christus erlöst wirksam berufen gerechtfertigt als Kinder angenommen geheiligt und gerettet als allein die Erwählten Artikel 7 die übergangenen es hat Gott gefallen nach dem unausforschlichen Ratschluss seines eigenen Willens aufgrund dessen er Barmherzigkeit erweist oder vorenthält wie es ihm gefällt zur Ehre seiner unumschränkten Macht über seine Geschöpfe den Rest der Menschheit zu übergehen und sie zur Unehre und zum Zorn über ihre Sünde vorherzubestimmen zum Preise seiner herrlichen Gerechtigkeit Artikel 8 Mit dieser Lehre muss man sorgfältig umgehen Die Lehre von diesem hohen Geheimnis der Vorherbestimmung muss mit besonderer Weisheit und Sorgfalt behandelt werden damit die Menschen die auf den in seinem Wort geoffenbarten Willen Gottes achten und ihm Gehorsam leisten aufgrund der Gewissheit ihrer wirksamen Berufung ihrer ewigen Erwählung versichert sind so soll diese Lehre zum Preis zur Ehrfurcht und zur Bewunderung Gottes und zur Demut zum Fleiß und zum reichlichen Trost für alle die ernsthaft dem Evangelium gehorchen förderlich sein Kapitel 4 von der Schöpfung Artikel 1 Die Erschaffung der Welt Es hat Gott dem Vater dem Sohn und dem Heiligen Geist gefallen zur Manifestierung der Ehre seiner ewigen Macht Weisheit und Güte Im Anfang die Welt und alles was darin ist gleich ob sichtbar oder unsichtbar in einem Zeitraum von 6 Tagen zu schaffen oder aus nichts zu machen und all das sehr gut Artikel 2 Die Erschaffung des Menschen Nachdem Gott alle anderen Geschöpfe gemacht hatte schuf er den Menschen Mann und Frau mit vernünftigen und unsterblichen Seelen ausgestattet mit Erkenntnis Gerechtigkeit und wahrer Heiligkeit nach seinem eigenen Bilde mit dem Gesetz Gottes in ihre Herzen geschrieben und mit der Kraft es zu erfüllen jedoch mit der Möglichkeit es zu übertreten indem sie der Freiheit ihres eigenen Willens überlassen waren der dem Wandel unterworfen war neben diesem ihnen ins Herz geschriebene Gesetz empfingen sie auch das Gebot nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen und solange sie dies hielten waren sie selig in ihrer Gemeinschaft mit Gott und hatten die Herrschaft über die Geschöpfe Kapitel 5 von der Vorsehung Artikel 1 Gott erhält und lenkt alles Geschaffene Gott der große Schöpfer aller Dinge erhält lenkt ordnet und regiert alle Geschöpfe Handlungen und Dinge vom größten bis zum kleinsten durch seine höchst weise und heilige Vorsehung nach seinem unfehlbaren Vorherwissen und dem freien und unabänderlichen Ratschluss seines eigenen Willens zum Preis der Herrlichkeit seiner Weisheit Macht Gerechtigkeit Güte und Barmherzigkeit Artikel 2 Erstursache und Zweitursache Obwohl in Bezug auf das Vorherwissen und den Ratschluss Gottes als der ersten Ursache alle Dinge unfehlbar und unabänderlich geschehen, so ordnet er sie doch durch dieselbe Vorhersehung so, dass sie sich nach der Natur der zweiten Ursache entweder notwendig oder frei oder zufällig ereignen. Artikel 3 Vorsehung und die normalen Mittel Gott macht in seiner Vorsehung normalerweise Gebrauch von Mitteln, hat jedoch die Freiheit nach seinem Wohlgefallen ohne sie oder über sie hinweg oder gegen sie zu wirken. Artikel 4 Vorsehung und Sünde Die allmächtige Macht und erforschliche Weisheit und unendliche Güte Gottes offenbaren sich selbst so weit in seiner Vorsehung, dass sie sich sogar auf den ersten Fall und alle anderen Sünden der Engel und Menschen erstreckt und zwar nicht durch bloße Zulassung sondern durch eine solche Vorsehung die mit einer höchst weisen und machtvollen Einschränkung und anderweitigen Ordnung und Lenkung derselben verbunden ist in mancherlei Fügung zu seinen eigenen heiligen Zwecken so jedoch dass das was daran sündhaft ist allein vom Geschöpf ausgeht und nicht von Gott der da er ganz heilig und gerecht ist nicht der Urheber oder Anerkennung der Sünde ist noch sein kann Artikel 5 Vorsehung und Züchtigung Der höchst weise gerechte und gnädige Gott überlässt oftmals seine eigenen Kindern eine Zeitlang mannigfachen Versuchungen und der Verdorbenheit ihres eigenen Herzens um sie wegen ihrer früheren Sünden zu züchtigen oder um ihnen die verborgene Stärke der Verdorbenheit und Arglist ihres Herzens aufzudecken damit sie gedemütigt werden und um in ihnen eine engere und beständigere Abhängigkeit von ihm selbst zu ihrem Besten zu erwecken und um sie noch wachsamer gegenüber allen zukünftigen Gelegenheiten zur Sünde zu machen wie auch aus einer Reihe anderer gerechter und heiliger Gründe Artikel 6 Die Versehung und die Gottlosen Was diejenigen bösen und gottlosen Menschen betrifft, die Gott als ein gerechter Richter um früherer Sünden Willen verblendet und verhärtet, so enthält er ihnen nicht nur seine Gnade vor, durch die sie in ihrem Verstand hätten erleuchtet und in ihrem Herzen bewegt werden können, sondern entzieht ihnen auch manchmal die Gaben, die sie hatten und setzt sie solchen Umständen aus, aus denen ihre Verdorbenheit einen Anlass zur Sünde macht. Darüber hinaus übergibt er sie in ihre eigenen Lüste, an die Versuchungen der Welt und an die Gewalt des Satans. Dadurch kommt es, dass sie sich selbst verhärten und zwar sogar durch solche Mittel, die Gott anwendet, um andere zu erweichen. Artikel 7 Die Vorsehung und die Gemeinde Wie die Vorsehung Gottes sich im Allgemeinen auf alle Geschöpfe erstreckt, so sorgt sie in einer ganz besonderen Art und Weise für seine Kirche und wendet alle Dinge, zu deren Besten. Kapitel 6 Von dem Fall des Menschen, der Sünde und der Strafe dafür Artikel 1 Der Sündenfall Unsere ersten Eltern sündigten, durch Satans Arglist und Versuchung verführt, indem sie die verbotene Frucht aßen. Es hat Gott nach seinen Weisen und heiligen Ratschlüssen gefallen, ihre Sünde zuzulassen, da er die Absicht hatte, diese zu seiner eigenen Ehre zu ordnen. Artikel 2 Die Folgen des Sündenfalls Durch diese Sünde sind sie aus ihrer ursprünglichen Gerechtigkeit und Gemeinschaft mit Gott gefallen und wurden dadurch tot in Sünde und in allen Teilen und Fähigkeiten des Leibes und der Seele gänzlich verdorben. Artikel 3 Erbsünde durch Abstammung Da unsere ersten Eltern die Wurzel der ganzen Menschheit sind, wurde ihrer gesamten Nachkommenschaft, die von ihr durch natürliche Zeugung abstammt, die Schuld dieser Sünde zugerechnet und derselbe Tod in Sünde und dieselbe verdorbene Natur auf sie übertragen. Artikel 4 Die Erbsünde führt zu den einzelnen Sünden. Aus dieser ursprünglichen Verdorbenheit, durch die wir zu allem Guten völlig unfähig, ungeschickt und im Gegensatz zu ihm stehend völlig zu allem Bösen hingeneigt sind, gehen alle tatsächlichen Übertretungen hervor. Artikel 5 Der Christ wird in diesem Leben nicht sündlos. Diese Verdorbenheit der Natur bleibt während dieses Lebens auch in denen, die wiedergeboren sind. Und obwohl sie durch Christus vergeben und getötet wird, ist sie doch selbst und alle sich aus ihr ergebenden Regungen wahrhaftig und eigentlich Sünde. Artikel 6 Die gerechte Strafe für die Sünde Jede Sünde, sowohl die Erbsünde als auch die tatsächlich begangene Sünde bringt, da sie eine Übertretung des gerechten Gesetzes Gottes ist und diesem entgegensteht von ihrer eigenen Natur aus Schuld über den Sünder, wodurch er dem Zorn Gottes und dem Fluch des Gesetzes verfallen und dadurch dem Tod mit allem geistlichen, zeitlichen und ewigem Elend unterworfen ist. Kapitel 7 von Gottes Bund mit dem Menschen Artikel 1 Keine Beziehung zu Gott ohne gnädigen Bund Der Abstand zwischen Gott und den Geschöpfen ist so groß, dass die vernunftbegabten Geschöpfe, obwohl sie ihm als ihrem Schöpfer gehorsam leisten müssen, ihn doch niemals als ihre Seligkeit und ihren Lohn genießen können, wenn es nicht durch eine freiwillige Herablassung von Gottes Seite aus geschieht, die er nach seinem Wohlgefallen durch einen Bundesschluss zum Ausdruck bringt. Artikel 2 Der Bund der Werke Der erste mit dem Menschen geschlossene Bund war ein Bund der Werke, in dem Adam und in ihm seiner Nachkommenschaft unter der Bedingung eines vollkommenen und persönlichen Gehorsams das Leben verheißen wurde. Artikel 3 Der Bund der Gnade aus Glauben Der Mensch machte sich durch seinen Fall selbst unfähig, durch diesen Bund das Leben zu erlangen. So gefiel es dem Herrn, einen zweiten Bund zu schließen, der gewöhnlich der Gnadenbund genannt wird, durch den er Sündern Leben und Heil durch Jesus Christus umsonst anbietet, indem er von ihnen Glauben an ihn verlangt, damit sie gerettet werden, und indem er Allen denen, die zum Leben verordnet sind, verheißt, seinen Heiligen Geist zu geben, um sie zum Glauben willig und fähig zu machen. Artikel 4 Das Neue Testament Dieser Gnadenbund wird in der Schrift häufig mit dem Namen Testament bezeichnet, was sich auf den Tod Jesu Christi, der das Testament gemacht hat, bezieht, und auf das ewige Erbe mit allem, was darin als dazugehörig vermacht worden ist. Artikel 5 Derselbe Bund in verschiedenen Durchführungen Dieser Bund wurde zur Zeit des Gesetzes und zur Zeit des Evangeliums unterschiedlich durchgeführt. Unter dem Gesetz wurde er durch Verheißungen, Weissagungen, Opfer, Beschneidung, das Passalam und andere Vorbilder und Ordnungen durchgeführt, die dem Volk der Juden anvertraut waren und die alle auf Christus als den kommenden hinwiesen, was für jene Zeiten ausreichte und durch die Tätigkeit des Heiligen Geistes wirksam war, um die Erwählten im Glauben an den verheißenen Messias zu unterweisen und aufzuerbauen, durch den sie volle Vergebung der Sünden und ewiges Heil erlangten. Das nennt man das Alte Testament. Artikel 6 Der neue Bund ist einfacher und herrlicher. Unter dem Evangelium, also als Christus, als das eigentliche Wesen des Bundes erschienen ist, sind die Einrichtungen, durch die dieser Bund durchgeführt wird, die Predigt des Wortes und die Verwaltung der Sakramente, der Taufe und des Abendmahls. Wenn diese auch geringer an Zahl sind und mit größerer Einfachheit und mit geringerer äußerlicher Herrlichkeit verwaltet werden, so wird der Bund in ihnen doch in größerer Fülle Klarheit und geistlicher Wirksamkeit allen Völkern, Juden und Heiden dargeboten. Das nennt man das Neue Testament. Es gibt deswegen nicht zwei Gnadenbünde, die sich im Wesen unterscheiden würden, sondern nur ein und denselben Gnadenbund in verschiedenen Zeitaltern. Kapitel 8 von Christus dem Mittler Artikel 1 Die Ämter Christi Es hat Gott in seinem ewigen Vorsatz gefallen, den Herrn Jesus, seinen eingeborenen Sohn, zum Mittler zwischen Gott und Menschen, zum Propheten, Priester und König, zum Haupt und Heiland seiner Kirche, zum Erben aller Dinge und zum Richter der Welt zu erwählen und einzusetzen. Er hat ihm von aller Ewigkeit her ein Volk gegeben, um seine Nachkommenschaft zu sein und um von ihm zu seiner Zeit erlöst, berufen, gerechtfertigt, geheiligt und verherrlicht zu werden. Artikel 2 Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch Der Sohn Gottes, die zweite Person in der Dreieinigkeit, der wahrer und ewiger Gott ist, eines Wesen mit dem Vater und ihm gleich, hat als die Fülle der Zeit gekommen war, die menschliche Natur mit allen ihren wesentlichen Eigenschaften und allgemeinen Schwachheiten auf sich genommen, jedoch ohne Sünde. Er wurde durch die Kraft des Heiligen Geistes im Leib der Jungfrau Maria und aus ihrem Wesen empfangen, sodass zwei ganz vollkommene und unterschiedene Naturen, die Gottheit und die Menschheit, in der Einheit einer Person unzertrennlich miteinander verbunden wurden, ohne Verwandlung, Zusammensetzung oder Vermischung. Diese Person ist wahrer Gott und wahrer Mensch, jedoch ein einziger Christus, der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Artikel 3 Christi Befähigung zum Mittler. Der Herr Jesus ist in seiner menschlichen Natur, die auf diese Weise mit der göttlichen Natur vereinigt ist, geheiligt und über alle Maßen mit dem Heiligen Geist gesalbt worden und hat alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis in sich. Es gefiel Gott, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen, mit dem Ziel, dass er heilig, unschuldig, unbefleckt und voller Gnade und Wahrheit, wie er war, gründlich befähigt war, das Amt eines Mittlers und Bürgen auszuüben. Dieses Amt übernahm er nicht von sich aus, sondern er wurde dazu vielmehr von seinem Vater berufen, der alle Macht und alles Gericht in seine Hand gelegt hat und ihm den Befehl gab, dies Amt auszuüben. Artikel 4 Christi Leiden und Verherrlichung Dieses Amt des Mittlers und Bürgen hatte Herr Jesus völlig freiwillig auf sich genommen und damit er es ausüben konnte, wurde er unter das Gesetz getan und erfüllte dieses vollkommen. Er duldete unmittelbar die allerbittersten Qualen in seiner Seele und die allerschmerzhaftesten Leiden an seinem Körper, wurde gekreuzigt und ist gestorben und begraben und blieb unter der Gewalt des Todes, obwohl er die Verwesung nicht gesehen hat. Am dritten Tag ist er wieder von den Toten auferstanden, mit dem selben Körper, in dem er gelitten hatte, mit dem er auch zum Himmel gefahren ist und dort zur rechten Hand seines Vaters sitzt und uns vertritt. Und er wird am Ende der Welt wiederkommen, um Menschen und Engel zu richten. Artikel 5 Christi Opfer Der Herr Jesus hat durch seinen vollkommenen Gehorsam und durch das Opfer seiner selbst, dass er durch den ewigen Geist ein für allemal Gott dargebracht hat, der Gerechtigkeit seines Vaters volle Genugtuung geleistet und hat für alle, die ihm der Vater gegeben hat, nicht allein die Versöhnung, sondern auch ein ewiges Erbe im Himmelreich erworben. Artikel 6 Christi Werk gilt auch für die Gläubigen des alten Bundes als als der Nachkomme der Frau der der Schlange den Kopf zertreten sollte und als das Lamm das von Grundlegung der Welt an geschlachtet ist als der der gestern heute und in Ewigkeit derselbe ist. Artikel 7 Christi Mittleramt nach beiden Naturen Christus wirkt in seinem Mittleramt nach beiden Naturen indem er durch jede Natur das tut was ihr selbst entspricht aber aufgrund der Einheit der Person wird das was einer Natur entspricht in der Schrift manchmal der Person zugeschrieben die nach der anderen Natur benannt wird Artikel 8 Christus und die Gläubigen Allen denen für die Christus die Erlösung vollbracht hat eignet er die Erlösung gewiss und wirksam zu und teilt sie ihnen mit indem er für sie eintritt und ihnen in und durch das Wort die Geheimnisse der Erlösung offenbart sie durch seinen Geist so wirksam überzeugt dass sie glauben und gehorchen durch sein Wort und seinen Geist ihre Herzen regiert und alle ihre Feinde durch seine allmächtige Macht und Weisheit in solcher Art und Weise überwinden wie es mit seinem wunderbaren und unerforschlichen Walten am besten im Einklang steht Kapitel 9 vom freien Willen Artikel 1 die natürliche Freiheit Gott hat den Willen des Menschen mit einer natürlichen Freiheit ausgestattet die weder gezwungen noch durch eine absolute Naturnotwendigkeit dazu festgelegt wird Gutes oder Böses zu tun Artikel 2 Der Wille im Stand der Unschuld Der Mensch besaß im Stand seiner Unschuld Freiheit und Macht Das zu wollen und zu tun was gut und Gott wohlgefällig war war jedoch in der Weise veränderlich dass er davon abfallen konnte Artikel 3 Der Wille im Stand der Schuld Der Mensch hat durch seinen Fall in den Stand der Sünde alle Fähigkeit des Willens zu irgendetwas Geistlich Gutem das mit dem Heil zusammenhängt völlig verloren sodass er als natürlicher Mensch weil er von diesem Guten ganz und gar abgewandt und in Sünden tot ist nicht in der Lage ist sich durch seine eigene Kraft zu bekehren oder sich darauf vorzubereiten Artikel 4 Die Befreiung des Willens Wenn Gott einen Sünder bekehrt und ihn in den Stand der Gnade versetzt befreit er ihn von seiner natürlichen Knechtschaft unter der Sünde und befähigt ihn allein durch seine Gnade das frei zu wollen und zu tun was geistlich gut ist jedoch so dass er aufgrund seiner noch verbliebenen Verdorbenheit nicht in vollkommener Weise das tut und nicht allein das will was gut ist sondern auch das will was böse ist Artikel 5 Der Wille im Stand der Herrlichkeit Der Wille des Menschen wird erst im Stand der Herrlichkeit vollkommen und unveränderlich freigemacht nur Gutes zu tun Kapitel 10 von der wirksamen Berufung Artikel 1 Die Vorherbestimmung Es gefällt Gott alle diejenigen die er zum Leben vorherbestimmt hat und diese allein zu der von ihm bestimmten und ihm angenehmen Zeit durch sein Wort und seinen Geist aus dem Stand der Sünde und des Todes indem sie von Natur sind zur Gnade und zum Heil durch Jesus Christus wirksam zu berufen indem er ihren Verstand erleuchtet die göttlichen Dinge geistlich und heilsam zu verstehen indem er ihr steinernes Herz fortnimmt und ihnen ein fleischernes Herz gibt indem er ihren Willen erneuert und diesen durch seine allmächtige Kraft zum Guten bestimmt und indem er sie wirksam zu Jesus Christus zieht jedoch so dass sie ganz freiwillig kommen da sie durch seine Gnade willig gemacht worden sind Artikel 2 Die wirksame Berufung Diese wirksame Berufung geschieht allein aus Gottes freier und besonderer Gnade heraus ganz und gar nicht aus irgendetwas heraus was er Menschen vorausgesehen hätte Der Mensch verhält sich dabei vielmehr völlig passiv bis er durch den Heiligen Geist lebendig gemacht und erneuert und dadurch befähigt wird auf diese Berufung zu antworten und die Gnade zu ergreifen die darin angeboten und vermittelt wird Artikel 3 Erwählte Kleinkinder Erwählte Kleinkinder die in ihrer Kindheit sind wiedergeboren und in Christus durch den Geist gerettet der wirkt wann und wo und wie es ihm gefällt So steht es auch mit allen anderen erwählten Personen die nicht in der Lage sind äußerlich durch den Dienst des Wortes gerufen zu werden gemeint sind neben Kleinkindern etwa geistig Behinderte Artikel 4 Die Verlorenen Andere die nicht erwählt sind kommen wenn sie auch durch das Amt des Wortes berufen werden und einige allgemeine Wirkungen des Geistes empfangen mögen dennoch niemals wirklich zu Christus und können deswegen nicht gerettet werden Noch viel weniger können Menschen die die christliche Religion nicht bekennen auf irgendeine andere Weise gerettet werden welche es auch immer sei auch wenn sie noch so fleißig sind ihr Leben nach dem Licht der Natur und nach dem Gesetz der Religion die sie bekennen einzurichten zu bejahen und zu behaupten dass sie es könnten ist sehr schädlich und zu verabscheuen Kapitel 11 von der Rechtfertigung Artikel 1 Rechtfertigung durch Christi Gerechtigkeit diejenigen die Gott wirksam beruft rechtfertigt er auch geschenkweise und zwar nicht dadurch dass er Gerechtigkeit in sie eingießt sondern dadurch dass er ihre Sünden vergibt und ihre Person als Gerechte erachtet und annimmt dies tut er nicht aufgrund von irgendetwas das in ihnen hervorgebracht worden wäre sondern allein um Christi willen also nicht indem er ihnen den Glauben selbst oder das Werk des Glaubens oder sonst irgendeinen evangelischen Gehorsam als ihre Gerechtigkeit anrechnet sondern indem er ihnen den Gehorsam und die Genugtuung Christi anrechnet wobei sie ihn durch den Glauben empfangen und sich auf Christus und seine Gerechtigkeit stützen diesen Glauben haben sie nicht aus sich selbst heraus sondern er ist Gottes Geschenk Artikel 2 Rechtfertigung und lebendiger Glaube Der Glaube der Christus und seine Gerechtigkeit so empfängt und sich darauf verlässt ist das alleinige Mittel der Rechtfertigung Der Glaube ist jedoch nicht das Einzige was sich in dem Gerechtfertigten findet sondern wird immer von allen anderen seligmachenden Gnadengaben begleitet und ist kein toter Glaube sondern ein durch 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 die Liebe tätiger Glaube Artikel 3 Rechtfertigung allein aus Gnaden Christus hat durch seinen Gehorsam und seinen Tod die Schulden aller die so gerechtfertigt werden völlig getilgt und hat der Gerechtigkeit seines Vaters an ihrer Stelle eine angemessene wirkliche und völlige Genugtuung geleistet da er jedoch vom Vater für sie dahing gegeben und sein Gehorsam und seine Genugtuung an ihrer Stelle angenommen wurde und zwar beides umsonst und nicht als Gegenleistung für etwas das in ihnen war so geschieht ihre Rechtfertigung allein aus freier Gnade damit sowohl die strenge Gerechtigkeit als auch die reiche Gnade Gottes in der Rechtfertigung der Sünder verherrlicht werden Artikel 4 Erwählung und Zueignung Gott hat von aller Ewigkeit her beschlossen alle Erwählten zu rechtfertigen und Christus ist in der Fülle der Zeit wegen ihrer Sünde gestorben und wegen ihrer Rechtfertigung auferstanden trotzdem werden sie nicht gerechtfertigt bevor der Heilige Geist ihnen nicht zur rechten Zeit Christus wirklich zueignet Artikel 5 Sünde im Leben der Erwählten Gott fährt fort denen denen die gerechtfertigt sind die Sünden zu vergeben und 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 obwohl sie niemals aus dem Stand der Rechtfertigung fallen können kann es doch geschehen dass sie durch ihre Sünden unter Gottes väterliches missfallen geraten und dass ihnen das Licht seines Angesichts nicht wieder aufgeht bis sie sich selbst demütigen ihre Sünden bekennen um Vergebung bitten und ihren Glauben und ihre Buße erneuern Artikel 6 Rechtfertigung im Alten Testament Die Rechtfertigung der Gläubigen im Alten Testament war hinsichtlich aller dieser Dinge ein und dieselbe wie die Rechtfertigung der Gläubigen im Neuen Testament Kapitel 12 von der Adoption Artikel 1 Die Annahme als Kind Alle die die gerechtfertigt sind würdigt Gott in seinem einzigen Sohn Jesus Christus und um seinetwillen der Gnade der Annahme als Kind teilhaftig zu werden wodurch sie in die Zahl der Kinder Gottes aufgenommen werden sich deren Freiheiten und Vorrechten erfreuen und wodurch sein Name auf sie gelegt wird sie den Geist der Kindschaft empfangen sie mit Zuversicht den Zugang zum Gnadenstuhl haben rufen können aber lieber Vater sie erbarmen Schutz Fürsorge und Züchtigung von ihm wie von einem Vater erfahren sie jedoch niemals verstoßen werden sondern auf den Tag der Erlösung versiegelt werden und die Verheißungen als Erben des ewigen Heils ererben Kapitel 13 von der Heiligung Artikel 1 wahre Heiligung die die wirksam berufen und wiedergeboren worden sind und in denen ein neues Herz und ein neuer Geist erschaffen wurde werden durch die Kraft des Todes und der Auferstehung Christi weiter wirklich und persönlich geheiligt durch sein Wort und durch seinen Geist der in ihnen wohnt die Herrschaft des ganzen sündhaften Leibes ist gebrochen und seine vielfältigen Begierden werden mehr und mehr geschwächt und abgetötet und sie selbst werden mehr und mehr in allen heilsamen Gnadengaben lebendig gemacht und gestärkt um die wahre Heiligung auszuleben ohne die niemand den Herrn sehen wird Artikel 2 Die Heiligung bleibt im Diesseits Unvollkommen Diese Heiligung erstreckt sich auf den ganzen Menschen durch und durch bleibt jedoch in diesem Leben Unvollkommen Es bleiben in allen Bereichen noch mancherlei Reste der Verdorbenheit zurück woraus ein fortwährender und unversöhnlicher Kampf entsteht in dem das Fleisch gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch aufbegehrt Artikel 3 Das Wachstum in der Heiligung Obwohl die zurückgebliebende Verdorbenheit in diesem Kampf eine Zeit lang noch stark vorherrschen mag gewinnt doch der wiedergeborene Teil durch die fortwährende Gewährung der Kraft aus dem Heiligen Geist Christi die Oberhand und so wachsen die Heiligen in der Gnade und vervollkommen ihre Heiligung in der Furcht Gottes Kapitel 14 Vom rettenden Glauben Artikel 1 Die Gnade des Glaubens Die Gnade des Glaubens durch die die Erwählten in die Lage versetzt werden zum Heil ihrer Seelen zu glauben ist das Werk des Geistes Christi in ihren Herzen Sie wird gewöhnlich durch das Amt des Wortes gewirkt durch die sie ebenso wie durch die Verwaltung der Sakramente und das Gebet vermehrt und gestärkt wird Artikel 2 Der Glaube das Wort Gottes und die Annahme Christi durch diesen Glauben hält ein Christ alles für wahr was auch immer im Wort offenbar wird und zwar um der Autorität Gottes willen der selbst darin spricht Der Christ handelt auf ganz verschiedene Art und Weise aufgrund dessen was jede einzelne Schriftstelle enthält indem er den Geboten gehorsam leistet vor den Drohungen erschrickt und die Verheißungen Gottes für dieses und das zukünftige Leben ergreift aber die hauptsachlichsten Handlungen des errettenden Glaubens sind dass man Christus allein annimmt empfängt und sich auf ihn allein zur Rechtfertigung zur Heiligung und zum ewigen Leben verlässt durch die Kraft des Gnadenbundes Artikel 3 Das Wachstum des Glaubens Dieser Glaube weist verschiedene Grade auf er ist schwach oder stark kann oft und auf ganz verschiedene Art und Weise angefochten und geschwächt werden behält jedoch den Sieg und wächst in vielen bis zur Erlangung einer vollen Gewissheit durch Christus der sowohl der Anfänger als auch der Vollender unseres Glaubens ist Kapitel 15 von der Buße zum Leben Artikel 1 Die Buße zum Leben muss verkündigt werden Die Buße zum Leben ist eine evangelische Gnadengabe und die Lehre davon muss ebenso wie die vom Glauben an Christus von jedem Diener des Evangeliums gepredigt werden Artikel 2 Was ist Buße Durch die Buße wird ein Sünder dermaßen von Betrübnis und Hass gegen seine Sünden erfüllt weil er nicht nur die Gefahr sondern auch die Widerwärtigkeit und Ekelhaftigkeit seiner Sünden erkennt und empfindet da sie dem heiligen Wesen Gottes und dem gerechten Gesetz Gottes Entgegenstehen und weil Gottes Barmherzigkeit in Christus von den Bußfertigen ergriffen wird dass er sich von allem seinen Sünden weg zu Gott bekehrt indem er sich vornimmt und sich bemüht vor Gott auf allen Wegen seiner Gebote zu wandeln Artikel 3 Die Notwendigkeit der Buße Wenn man sich auch auf die Buße nicht so verlassen darf als ob sie eine Genugtuung für die Sünde oder ein Grund für deren Vergebung wäre die vielmehr die Wirkung der freien Gnade Gottes in Christus sind so ist sie doch für alle Sünder von einer solchen Notwendigkeit dass niemand ohne sie Vergebung erwarten darf Artikel 4 Keine Sünde ist zu groß So wie es keine Sünde gibt die so klein ist dass sie nicht die Verdammnis verdient so gibt es auch keine Sünde die so groß ist dass sie die Verdammnis über diejenigen bringen kann die wahrhaft Buße tun Artikel 5 Die ständige Buße Die Menschen dürfen sich nicht mit einer allgemeinen Buße zufrieden geben Vielmehr ist es die Pflicht eines jeden sich zu bemühen für seine besonderen Sünden besondere Buße zu tun Artikel 6 Sünde muss bekannt werden wie jedermann verpflichtet ist seine Sünden für sich selbst Gott zu bekennen indem er ihretwegen um Vergebung bittet aufgrund dessen er ebenso wie aufgrund seines Ablassens von ihnen Barmherzigkeit finden wird so soll andererseits auch jeder der seinem Bruder oder der Kirche Christi Ärgernis bereitet hat bereit sein durch privates oder öffentliches Bekennen und bereuen seiner Sünde den Betroffenen seine Buße bekannt zu machen diese sollen sich daraufhin mit ihm versöhnen und ihnen Liebe annehmen Kapitel 16 von den guten Werken Artikel 1 Gott allein bestimmt was gute Werke sind Gute Werke sind nur solche Werke die Gott in seinem heiligen Wort befohlen hat und nicht solche Werke die ohne diese Vollmacht aus blindem Eifer oder unter irgendeinem Vorwand einer guten Absicht ersonnen worden sind Artikel 2 die Bedeutung der guten Werke der Christen Diese guten Werke die im Gehorsam gegen Gottes Gebote getan werden sind die Früchte und Beweise eines wahren und lebendigen Glaubens Durch sie zeigen die Gläubigen ihre Dankbarkeit stärken ihre Gewissheit erbauen ihre Geschwister schmücken das Bekenntnis des Evangeliums stopfen den Mund der Gegner und verherrlichen Gott dessen Werk sie sind wozu sie in Christus Jesus geschaffen wurden damit sie indem sie ihre Frucht in Heiligkeit bringen am Ende schließlich das ewige Leben haben Artikel 3 der Heilige Geist und die guten Werke ihre Fähigkeit gute Werke zu tun kommt ganz und gar nicht aus ihnen selbst sondern vollständig aus dem Geist Christi damit sie dazu befähigt werden ist abgesehen von der Gnade die sie bereits empfangen haben ein ständiger direkter Einfluss desselben Heiligen Geistes erforderlich um in ihnen das wollen und das vollbringen nach seinem Wohlgefallen zu wirken sie dürfen jedoch aufgrund dieser Tatsache nicht in Nachlässigkeit verfallen als ob sie nicht verpflichtet wären irgendeine Pflicht zu erfüllen außer wenn sie eine besondere Anregung des Geistes erhielten sondern sie müssen fleißig sein die Gnadengabe Gottes die in ihnen ist anzufachen Artikel 4 die Unvollkommenheit der guten Werke diejenigen die in ihrem Gehorsam die höchste Stufe erreichen die in diesem Leben möglich ist sind doch so weit von der Fähigkeit entfernt etwas über ihre Pflicht hinausgehendes zu leisten und mehr zu tun als Gott fordert dass sie vielmehr in vielem hinter dem zurückbleiben was sie zu tun schuldig wäre Artikel 5 Gute Werke sind kein Verdienst Wir können durch unsere besten Werke nicht die Vergebung der Sünde oder das ewige Leben aus der Hand Gottes verdienen was an dem großen Missverständnis liegt das zwischen ihnen und der künftigen Herrlichkeit besteht und an dem unendlichen Abstand zwischen uns und Gott dem wir durch die Werke weder nutzen noch für die Schuld unserer früheren Sünden Genugtuung leisten können Wenn wir alles getan haben was wir können so haben wir doch nur das getan was wir schuldig waren und sind unnütze Knechte Soweit die Werke gut sind gehen sie aus seinem Geist hervor Soweit sie aus uns hervorgebracht wurden sind sie befleckt und mit so viel Schwachheit und Unvollkommenheit vermischt dass sie vor der Strenge des Gerichtes Gottes nicht bestehen können Artikel 6 Gott nimmt die Werke in Christus an Weil die Person der Gläubigen durch Christus angenommen wird werden trotz allem auch ihre Werke in ihm angenommen nicht als ob sie in diesem Leben völlig untadelig und unsträflich vor Gottes Angesicht wären sondern weil es ihm gefällt in seinem Sohn auf sie herabzublicken und das anzunehmen und zu belohnen was aufrichtig ist auch wenn es von vielen Schwachheiten und Unvollkommenheiten begleitet wird Artikel 7 Werke nicht wiedergeborener Menschen Werke die von nicht wiedergeborenen Menschen getan werden auch wenn sie der Sache nach etwas Gutes sind was Gott befiehlt und was sowohl für sie selbst als auch für andere gut und nützlich ist sind dennoch sündig weil sie nicht aus einem durch den Glauben gereinigten Herzen hervorgehen und weder in rechter Art und Weise nämlich dem Wort gemäß noch zu einem rechten Zweck nämlich zur Ehre Gottes getan werden sie können Gott nicht angenehm sein und machen einen Menschen auch nicht fähig Gnade von Gott zu empfangen und doch ist die Unterlassung solcher Werke noch sündiger und missfällt Gott noch mehr Kapitel 17 Vom Beharren der Heiligen Artikel 1 Man kann nicht aus dem Stand der Gnade fallen Diejenigen die Gott in seinem Geliebten angenommen wirksam berufen und durch seinen Geist geheiligt hat können weder ganz noch entgültig aus dem Stand der Gnade fallen sondern werden gewiss darin bis ans Ende beharren und auf ewig selig werden Artikel 2 Die Ursachen des Beharrens Dieses Beharren der Heiligen beruht nicht auf ihrem eigenen freien Willen sondern auf der Unabänderlichkeit des Ratschlusses der Erwählung der aus der freien und unwandelbaren Liebe Gottes des Vaters entspringt Auf der Wirksamkeit des Verdienstes und der Stellvertretung auf dem Bleiben des Geistes und des Samens Gottes in ihnen und auf der Natur des Gnadenbundes Aus diesen allen entsteht die Gewissheit und Unfehlbarkeit desselben Artikel 3 Christen können in schwere Sünde fallen Trotzdem können sie durch die Versuchungen des Satans und der Welt durch das Überwiegen der in ihnen zurückgebliebenen Verdorbenheit und durch die Vernachlässigung der Mittel für ihr Beharren in schwere Sünde fallen und eine Zeit lang darin fortfahren wodurch sie unter Gottes Missfallen geraten seinen heiligen Geist betrüben in einem gewissen Maß ihrer Gnadengaben und ihres Trostes verlustig gehen Verhärtete Herzen und verwundete Gewissen bekommen Andern zum Schaden und Ärgernis werden und zeitlich begrenzte Gerichte über sich bringen Kapitel 18 Von der Gewissheit der Gnade und des Heils Artikel 1 Heilsgewissheit ist möglich Obwohl Heuchler und andere nicht wiedergeborene Menschen sich selbst mit falschen Hoffnungen und fleischlicher Vermessenheit betrügen können Als ob sie unter Gottes Gnade und im Stand der Errettung lebten Eine Hoffnung, die zu Schanden werden wird Können doch diejenigen, die wahrhaft an den Herrn Jesus glauben und ihn aufrichtig lieben Indem sie sich bemühen In allem guten Gewissen vor ihm zu leben In diesem Leben gewiss versichert sein dass sie im Stand der Gnade sind Und können sich in der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit Gottes freuen Eine Hoffnung, die niemals beschämen wird Artikel 2 Der Grund der Heilsgewissheit Diese Gewissheit ist nicht eine Überzeugung von nur mutmaßlichem und wahrscheinlichem Charakter Die sich auf eine trügerische Hoffnung gründet Sondern eine unfehlbare Gewissheit des Glaubens Die sich gründet auf die göttliche Wahrheit der Verheißung des Heils Auf den inneren Erweis der Gnadengaben Auf die sich jene Verheißungen erstrecken Und das Zeugnis des Geistes der Adoption Der unserem Geist Zeugnis gibt Dass wir Kinder Gottes sind Dieser Geist ist das Unterpfand unseres Erbes Durch den wir auf den Tag der Erlösung versiegelt werden Artikel 3 Heilsgewissheit ist nicht heilsnotwendig Diese unfehlbare Gewissheit gehört nicht so zum Wesen des Glaubens Dass ein wahrhaft Gläubiger nicht auch lange zu warten Und mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen haben könnte Bevor er Anteil an ihr gewinnt Er kann jedoch als einer Der durch den Geist die Kraft erhalten hat Die Dinge zu erkennen Die ihm umsonst von Gott geschenkt wurden Ohne eine außergewöhnliche Offenbarung Beim rechten Gebrauch der gewöhnlichen Mittel Zur Heilsgewissheit gelangen Darum hat jeder die Pflicht Allen Fleiß daran zu setzen Seine Berufung und Erwählung festzumachen Damit dadurch sein Herz erfüllt wird Mit Frieden und Freude im Heiligen Geist Mit Liebe und Dankbarkeit gegen Gott Und mit Kraft und Freudigkeit In der gehorsamen Pflichterfüllung Was alles wahre Früchte dieser Gewissheit sind So weit ist nämlich die Gewissheit davon entfernt Den Menschen eine Neigung zur Zügellosigkeit zu verschaffen Artikel 4 Heilsgewissheit kann verschüttet werden Die Gewissheit des Heils kann in den wahrhaft Gläubigen Auf verschiedene Weise erschüttert, geschwächt oder unterbrochen werden Nämlich dadurch, dass sie nachlässig sind, diese zu bewahren Dadurch, dass sie in irgendeine Sünde fallen Die das Gewissen verwundet und den Geist betrübt Dadurch, dass sie plötzlich oder heftig versucht werden Und dadurch, dass Gott das Licht seines Angesichts verbirgt Und zulässt, dass sogar die, die ihn fürchten In Finsternis wandeln und kein Licht haben Sie verlieren jedoch niemals ganz den Samen Gottes Das Leben des Glaubens Die Liebe zu Christus und den Geschwistern Die Aufrichtigkeit des Herzens und das Bewusstsein der Pflicht Durch alle diese Dinge kann die Gewissheit des Heils Durch die Wirksamkeit des Geistes Zur rechten Zeit wieder neu belebt werden Und durch sie werden die Betreffenden Zwischenzeitlich vor der völligen Verzweiflung bewahrt Kapitel 19 Vom Gesetz Gottes Artikel 1 Das Gesetz als Bund der Werke Gott gab Adam ein Gesetz als einen Bund der Werke Wodurch er ihn und alle seine Nachkommen An einen persönlichen, umfassenden, genauen Und immerwährenden Gehorsam bahnt Für dessen Erfüllung er Leben verhieß Für die Übertretung den Tod anordnete Und ihn mit Kraft und Fähigkeit es zu halten ausstattete Artikel 2 Die 10 Gebote Dieses Gesetz blieb auch nach Adams Fall Ein vollkommener Maßstab der Gerechtigkeit Und wurde als solcher von Gott auf dem Berg Sinai In 10 Geboten übergeben Und auf 2 Tafeln niedergeschrieben Wobei die ersten 4 Gebote Unsere Pflichten gegen Gott Und die anderen 6 Gebote Unsere Pflichten gegen die Menschen beinhalten Artikel 3 Moralgesetz und Zeremonialgesetz Abgesehen von diesem Gesetz, das man gewöhnlich Moralgesetz nennt Hat es Gott gefallen, dem Volke Israel als einer minderjährigen Kirche Zeremonialgesetze zu geben, die verschiedene vorbildliche Anordnungen enthielten Die teilweise gottesdienstliche Art waren und Christus und seine Gnaden gaben Handlungen, Leiden und Wohltaten vorbildeten Und teilweise verschiedene Unterweisungen über moralische Pflichten verdeutlichten Alle diese Zeremonialgesetze sind jetzt unter dem Neuen Testament aufgehoben Artikel 4 Judizialgesetze Gott gab Israel als einer politischen Körperschaft auch verschiedene Judizialgesetze Die zusammen mit dem Staat dieses Volkes ausliefen Und jetzt niemanden weitergehend verpflichten Als es die allgemeine Entsprechung erfordert Artikel 5 Das Moralgesetz bleibt bindend Das Moralgesetz bindet für alle Sowohl die Gerechtfertigten als auch alle anderen Ihm Gehorsam zu leisten Und dies nicht allein mit Rücksicht auf die Themen, die darin enthalten sind Sondern auch mit Rücksicht auf die Autorität Gottes, des Schöpfers, der es gegeben hat Christus löste diese Verpflichtung im Evangelium auf keine Art und Weise auf Sondern verstärkt sie vielmehr Artikel 6 Das Moralgesetz ist von großem Nutzen Obwohl wahre Gläubige nicht unter dem Moralgesetz als einem Bund der Werke leben Sodass sie dadurch gerechtfertigt oder verdammt werden Ist das Gesetz doch für sie, wie auch für andere, von großem Nutzen Weil sie als Regel des Lebens über den Willen Gottes und ihre Pflicht unterrichtet Sie dadurch anleitet und verpflichtet, dementsprechend zu wandeln Die Sündigen Verunreinigungen ihrer Natur, ihres Herzens und ihres Lebens aufdeckt Sodass sie, wenn sie sich selbst darin überprüfen Zu weiterer Überführung von der Sünde Zur Demütigung ihretwegen und zum Hass gegen sie gelangen Zugleich auch zu klarer Einsicht darüber kommen Wie nötig sie Christus haben und wie vollkommen sein Gehorsam ist Das Moralgesetz ist gleichermaßen von Nutzen für die Wiedergeborenen Um ihre Verdorbenheiten zu zügeln Da es Sünde verbietet Und seine Drohungen dazu dienen, zu zeigen Was ihre Sünden eigentlich verdienen Und was für Trübsale sie in diesem Leben dafür zu erwarten haben Obwohl sie von dem Fluch befreit sind Der im Gesetz dafür angedroht wird Die Verheißungen des Gesetzes zeigen ihnen in gleicher Weise Dass Gott Wohlgefallen am Gehorsam hat Und was für Segnungen sie erwarten dürfen Wenn sie dasselbe vollbringen Obwohl ihnen diese Segnungen nicht durch das Gesetz Als einem Bund der Werke geschuldet werden So ist auch die Tatsache Dass ein Mensch Gutes tut Und sich des Bösen enthält Weil das Gesetz ihn zu dem Einen ermutigt Und ihn von dem Anderen abschreckt Kein Beweis dafür Dass er unter dem Gesetz Und nicht unter der Gnade ist Artikel 7 Das Halten des Moralgesetzes Widerspricht nicht der Gnade Die genannten Anwendungen des Gesetzes Stehen auch nicht der Gnade des Evangeliums entgegen Sondern stimmen harmonisch damit überein Weil der Geist Christi Den Willen des Menschen unterwirft Und befähigt Das freiwillig und freudig zu tun Was der im Gesetz offenbarte Wille Gottes Zu tun fordert Kapitel 20 Von der christlichen Freiheit Und der Freiheit des Gewissens Artikel 1 Die Freiheit der Christen Die Freiheit, die Christus für die Gläubigen Unter dem Evangelium erworben hat Besteht in ihrer Freiheit Von der Schuld der Sünde Von dem verdammenden Zorn Gottes Von dem Fluch des Moralgesetzes Und in ihrem Befreitsein Von dieser gegenwärtigen bösen Welt Von der Knechtschaft Satans Und der Herrschaft der Sünde Von dem Übel der Trübsale Von dem Stache des Todes Von dem Sieg des Grabes Und von der ewigen Verdammnis Wie auch in ihrem freien Zugang zu Gott Und ihrem Leisten des Gehorsams gegen ihn Nicht aus knechtischer Furcht Sondern aus kindlicher Liebe Und willigem Geist Das alles hatten auch die Gläubigen Unter dem Gesetz Aber unter dem Neuen Testament Ist die Freiheit der Christen Weiter ausgedehnt worden Indem sie auch von dem Joch Des Zeremonialgesetzes Befreit sind Dem die jüdische Kirche Unterworfen war Und indem sie mit größerer Zuversicht Zugang zum Gnadenthron haben Und eine größere Mitteilung Des freien Geistes Gottes empfangen Als sie den Gläubigen Unter dem Gesetz Normalerweise zuteil wurde Artikel 2 Gott ist der alleinige Herr des Gewissens Gott allein ist der Herr des Gewissens Und hat es von den menschlichen Lehren und Geboten freigemacht Die in Sachen des Glaubens und Gottesdienstes In irgendetwas seinem Wort entgegenstehen Oder darüber hinausgehen Unter Berufung auf das Gewissen Solche Lehren zu glauben Und solchen Geboten zu gehorchen Ist ein Verrat an der wahren Freiheit des Gewissens Und die Forderung eines unbedingten Glaubens Und eines absoluten und blinden Gehorsams Bedeutet so viel Wie die Zerstörung der Freiheit des Gewissens Und zugleich auch der Freiheit der Vernunft Artikel 3 Die christliche Freiheit rechtfertigt keine Sünde Diejenigen, die unter dem Vorwand christlicher Freiheit Irgendeine Sünde begehen Oder sich irgendeiner Lust hingeben Zerstören dadurch den Sinn und Zweck Der christlichen Freiheit Der darin besteht Dass wir als aus der Hand unserer Feinde Befreite Dem Herrn ohne Furcht Unser Leben lang in Heiligkeit Und Gerechtigkeit vor ihm dienen Artikel 4 Unterordnung unter staatliche und kirchliche Obrigkeiten Weil die Gewalten, die Gott verordnet hat Und die Freiheit, die Christus erworben hat Sich nach Gottes Absicht Nicht gegenseitig zerstören Sondern sich gegenseitig erhalten Und bewahren sollen Widerstreben diejenigen Der Ordnung Gottes Die sich unter dem Vorwand Christlicher Freiheit Irgendeiner rechtmäßigen Ausübung Dieser Gewalt widersetzen Sei es die staatliche Oder die kirchliche Dafür Dass sie solche Meinungen Öffentlich vertreten Oder solche Handlungen Aufrechterhalten Die im Licht der Natur Den bekannten Grundsätzen des Christentums Gleich ob bezüglich des Glaubens Des Gottesdienstes Oder des Wandels Oder der Kraft der Gottseligkeit Entgegenstehen Oder auch für solche Irrigen Meinungen Oder Handlungsweisen Die entweder Ihrer eigenen Natur nach Oder in der Art und Weise Wie sie öffentlich vertreten Oder aufrechterhalten werden Den äußeren Frieden Und die Ordnung zerstören Die Christus in der Kirche festgesetzt hat Dürfen sie rechtmäßig Zur Rechenschaft gezogen werden Man darf mit Kirchenzucht Und mit der Gewalt Der bürgerlichen Obrigkeit Gegen diese Dinge vorgehen Kapitel 21 Von der Gottesverehrung Und dem Sabbat Artikel 1 Gott legt fest Wie er verehrt werden will Das Licht der Natur zeigt Dass es einen Gott gibt Der Gewalt und Herrschaft Über alles hat Der gut ist Und allen Gutes tut Der deshalb zu fürchten Zu lieben Zu preisen Und anzurufen ist Und dem an Vertrauen Und von ganzem Herzen Von ganzer Seele Und mit aller Kraft Dienen muss Aber die wohlgefällige Art Der Verehrung Des wahren Gottes Ist von ihm selbst festgesetzt Und durch seinen eigenen Geoffenbarten Willen So eingegrenzt worden Dass er nicht nach den Einbildungen Oder Betrügereien Der Menschen Oder nach den Eingebungen Satans Oder unter irgendeiner Sichtbaren Darstellung Oder auf irgendeine andere Art Und Weise Verehrt werden darf Die nicht in der Heiligen Schrift Vorgeschrieben ist Artikel 2 Nur Gott allein Darf verehrt werden Und Jesus Ist der einzige Mittler Religiöse Verehrung Darf Gott Dem Vater Sohn Und Heiligen Geist Und nur ihm allein Entgegengebracht werden Und nicht Engeln Heiligen Oder irgendwelchen Anderen Geschöpfen Sie darf seit dem Fall Nicht ohne Mittler geschehen Und auch nicht durch Vermittlung Irgendeines anderen Als durch Christus allein Artikel 3 Gott will Gebet Gott fordert von allen Menschen Gebet Damit es angenommen wird Muss es im Namen des Sohnes Durch die Hilfe seines Geistes In Übereinstimmung mit seinem Willen Mit Verstand Ehrerbietung Demut Inbrunst Glauben Liebe Und Beharrlichkeit Und Wenn laut gesprochen In einer bekannten Sprache geschehen Artikel 4 Für wen darf man beten? Beten soll man für alle Vom Gesetz erlaubten Dinge Und für alle Arten von Menschen Die jetzt leben Und die künftig leben werden Aber weder für die Toten Noch für die Von denen etwa bekannt ist Dass sie die Sünde zum Tode begangen haben Artikel 5 Bestandteile der Verehrung Gottes Das Lesen der Schrift mit Gottesfurcht Die gesunde Predigt Das gewissenhafte Hören des Wortes Im Gehorsam gegen Gott mit Verstand Glauben und Ehrerbietung Das Singen von Psalmen Mit Gnade im Herzen Und außerdem die richtige Verwaltung Und der würdige Empfang Der von Christus eingesetzten Sakramente Sind alle Bestandteile Der ordentlichen religiösen Verehrung Gottes Daneben sind zu nennen Religiöse Eide und Gelübde Feierliches Fasten Und Dankesfeiern Die zu besonderen Anlässen Und zu verschiedenen Zeiten In heiliger und religiöser Weise Anzuwenden sind Artikel 6 Ort und Zeit des Gebetes Weder das Gebet Noch irgendein anderer Teil Der Gottesverehrung Ist heute unter dem Evangelium An einen bestimmten Ort gebunden Noch wird es dadurch wohlgefälliger Dass es an einem bestimmten Ort Oder auf einen bestimmten Ort hin Ausgerichtet Vollbracht wird Stattdessen soll Gott überall im Geist Und in der Wahrheit angebetet werden Zu Hause in den Familien Täglich und insgeheim im Verborgenen Von jedem Einzelnen bei sich selbst Genauso wie noch feierlicher In öffentlichen Versammlungen Die man nicht durch Nachlässigkeit Oder absichtlich missachten Oder verlassen darf Wenn uns Gott durch sein Wort Oder seine Vorsehung dazu ruft Artikel 7 Der christliche Sabbat Wie es zum Gesetz der Natur gehört Dass im Allgemeinen Eine angemessene Zeit Für die Verehrung Gottes Ausgesondert wird So hat Gott in seinem Wort Durch ein positives Moralisches Und bleibendes Gebot Das alle Menschen In allen Zeitaltern bindet Im Einzelnen Einen Tag unter sieben Zu einem Sabbat bestimmt Der ihm heilig gehalten werden soll Dies war von Anfang der Welt Bis zur Auferstehung Christi Der letzte Tag der Woche Und wurde seit der Auferstehung Christi In den ersten Tag der Woche umgeändert Der in der Schrift Der Tag des Herrn Genannt wird Und als der christliche Sabbat Bis zum Ende der Welt Fortbestehen soll Artikel 8 Wie soll der Sabbat begangen werden Dieser Sabbat Wird dann dem Herrn Heilig gehalten Wenn die Menschen Ihre Herzen gebührend vorbereitet Und vorher ihre alltäglichen Angelegenheiten Geordnet haben Und sie nicht nur den ganzen Tag Eine heilige Ruhe Von ihren eigenen Werken Worten Und Gedanken Die sich auf ihre weltlichen Beschäftigungen Und Vergnügungen richten Einhalten Sondern auch die ganze Zeit Von der öffentlichen Und privaten Ausübung Der Gottesverehrung Und von den Pflichten Der Not Und der Barmherzigkeit In Anspruch genommen werden Kapitel 22 Von den rechtmäßigen Eiden Und Gelübden Artikel 1 Eide gehören zur Gottesverehrung Ein dem Gesetz entsprechender Eid Ist Teil der Gottesverehrung Durch einen Eid Ruft die schwörende Person In gerechter Sache Feierlich Gott zum Zeugen Für das an Was er feststellt Oder verspricht Und zum Richter Gemäß der Wahrheit Oder Falschheit dessen Was er schwört Artikel 2 Menschen dürfen nur Beim Namen Gottes allein Schwören Menschen dürfen nur Beim Namen Gottes allein Schwören Er ist dabei Mit aller heiligen Furcht Und Ehrerbietung Zu gebrauchen Deswegen ist es Sündig Und verabscheuungswürdig Unnütz Und übereilt Bei diesem herrlichen Und schrecklichen Namen Zu schwören Oder überhaupt Bei irgendeinem Anderen Ding Zu schwören Weil jedoch In Angelegenheiten Von Gewicht Und Bedeutung Ein Eid Durch das Wort Gottes Unter dem Neuen Testament Ebenso Wie unter dem Alten Testament Gut geheißen wird Muss man Einen rechtmäßigen Eid Der in solchen Sachen Von einer rechtmäßigen Autorität Auferlegt wird Auch leisten Artikel 3 Wahrheit Und Rechtmäßigkeit Des Eides Jeder Jeder der einen Eid Ablegt Ist schuldig Die Wahrheit Einer so feierlichen Handlung Gebührend zu erwägen Und darin Nichts zu versichern Wovon er nicht Völlig überzeugt ist Dass es die Wahrheit ist Es darf sich auch niemand Eid auferlegt wird Artikel 4 Ein Eid ist unbedingt verpflichtend Ein Eid ist im offensichtlichen Und gewöhnlichen Sinn der Worte Ohne Zweideutigkeiten Oder gedankliche Vorbehalte Abzulegen Er kann nicht zur Sünde verpflichten Wenn er aber in einer nicht sündigen Sache Abgelegt worden ist Verpflichtet er zur Ausführung Auch wenn ein Mensch dadurch Nachteile hat Er darf selbst dann nicht gebrochen werden Wenn er Heretikern und Ungläubigen gegenüber Geleistet wurde Artikel 5 Gelübde sind wie Eide Ein Gelübde hat den gleichen Charakter Wie ein beeidetes Versprechen Und muss mit der gleichen religiösen Sorgfalt Abgelegt Und mit der gleichen Zuverlässigkeit Ausgeführt werden Artikel 6 Vom Sinn der Gelübde Ein Gelübde darf nicht bei irgendeinem Geschöpf Sondern nur bei Gott allein abgelegt werden Wenn es wohlgefällig sein soll Muss es freiwillig geleistet werden Außerdem aus Glauben und Gewissensverpflichtung Und als Form des Dankes für empfangene Barmherzigkeit Oder zur Erlangung dessen Was wir wünschen Dadurch binden wir uns fester an notwendige Pflichten Oder an andere Dinge Sofern und solange Sie dazu in angemessener Weise förderlich sind Artikel 7 Man darf nur rechtmäßige Dinge geloben Niemand darf geloben etwas zu tun Was im Wort Gottes verboten ist Oder was ihn hindern würde Einer darin gebotenen Pflicht nachzukommen Oder was nicht in seiner eigenen Macht liegt Und für dessen Ausführung Er keine Verheißung Oder Befähigung von Gott empfangen hat In diesem Sinne Sind die päpstlichen Münchgelübde Lebenslanger Ehelosigkeit Erklärter Armut Und zum Ordensgehorsam So weit davon entfernt Gerade höherer Vollkommenheit zu sein Dass sie vielmehr Abergläubische Und sündhafte Schlingen sind In die sich kein Christ Verstricken darf Kapitel 23 Von der Obrigkeit Artikel 1 Wozu Gott die Obrigkeit gegeben hat Gott, der höchste Herr und König der ganzen Welt Hat die weltlichen Obrigkeiten eingesetzt Damit sie zu seiner eigenen Ehre Und zum Besten der Öffentlichkeit unter ihm Aber über dem Volk stehen soll Zu diesem Zweck Hat er sie mit der Gewalt des Schwertes ausgerüstet Um die Guten zu verteidigen Und zu ermutigen Und die, die Böses tun Zu bestrafen Artikel 2 Christen dürfen ein Amt der Obrigkeit übernehmen Das Gesetz lässt zu Dass Christen ein oberkeitliches Amt annehmen und ausüben Wenn sie dazu berufen werden Wenn sie es ausüben Und dabei Vor allem verpflichtet sind Frömmigkeit Gerechtigkeit Und Frieden Gemäß den heilsamen Gesetzen Eines jeden Gemeinwesens Aufrecht zu erhalten Sind sie zu diesem Zweck Auch jetzt unter dem Neuen Testament Berechtigt Aus gerechten Und notwendigen Anlässen heraus Rechtmäßig Kriege zu führen Artikel 3 Kirche und Staat Die weltliche Obrigkeit Darf sich die Verwaltung des Wortes Und der Sakramente Oder die Gewalt der Schlüssel Des Himmelreichs Nicht aneignen Sie hat jedoch die Autorität Und es ist ihre Pflicht Darauf zu achten Dass in der Kirche Einigkeit Und Friede bewahrt werden Dass die Wahrheit Gottes rein Und ganz erhalten bleibt Und dass alle Gotteslästerungen Und Heresien unterdrückt Und aller Missbrauch in Gottesdienst Und Kirchenzucht verhindert Oder reformiert Und alle göttlichen Ordnungen Recht geregelt Verwaltet Und beobachtet werden Und um dies besser ausrichten zu können Hat sie die Macht Synoden einzuberufen Bei ihnen anwesend zu sein Und dafür zu sorgen Dass alles Was auf ihnen verhandelt wird Nach Gottes Sinn Geschieht Artikel 4 Die Pflicht des Volkes Auch bei Verschiedenheit der Religion Es ist die Pflicht des Volkes Und gesetzliche Autorität der Obrigkeiten Nicht ungültig Noch befreien sie das Volk Von einem schuldigen Gehorsam gegen sie Wovon auch kirchliche Personen Nicht ausgenommen sind Noch viel weniger Hat der Papst Irgendwelche Gewalt Oder Juristriktion Über die Obrigkeiten In ihren jeweiligen Herrschaftsgebieten Oder über irgendjemand Aus ihrem Volk Und am allerwenigsten Sie ihrer Herrschaftsgebiete Zu berauben Wenn er sie für Heretiker erklärt Oder unter welchem Vorwand Auch immer Es geschehen mag Kapitel 24 Von der Ehe und der Ehescheidung Artikel 1 Ein Mann und eine Frau Eine Ehe besteht zwischen einem Mann und einer Frau Das Gesetz gestattet weder einem Mann Mehr als eine Frau Noch einer Frau Mehr als einen Ehegatten Zur gleichen Zeit zu haben Artikel 2 Der Sinn der Ehe Die Ehe wurde zur gegenseitigen Hilfe von Ehemann und Ehefrau Zur Vermehrung der Menschheit Durch rechtmäßige Nachkommenschaft Und der Kirche Durch eine heilige Nachkommenschaft Und zur Verhütung der Unreinheit Gestiftet Artikel 3 Jeder darf heiraten Aber Christen nur im Herrn Das Heiraten Ist Menschen aller Art Vom Gesetz erlaubt Die imstande sind Mit eigenem Urteil Ihre Einwilligung zu geben Es ist jedoch die Pflicht der Christen Die Ehe allein im Herrn zu schließen Deshalb sollten diejenigen Die die wahre reformierte Religion bekennen Nicht mit Ungläubigen Päpstlichen Oder anderen Götzendienern Eine Ehe eingehen Ebenso Sollten Gottesfürchtige Nicht an einem ungleichen Joch ziehen Indem sie die Ehe Mit Seuchen schließen Die in ihrem Leben Notorisch gottlos sind Oder an verdammenswerten Heressien Festhalten Artikel 4 Er ist bei zu naher Blutsverwandtschaft Verboten Eine Ehe darf nicht innerhalb der Gerade Der Blutsverwandtschaft Oder Verschwägerung Die im Wort verboten sind Bestehen Solche blutschänderischen Ehen Können auch niemals durch irgendein menschliches Gesetz Oder durch das beidseitige Einverständnis der Parteien Rechtmäßig werden So dass diese Personen Wie Mann und Frau Zusammenleben könnten Der Mann darf keine Verwandten seiner Frau heiraten Die ihr näher Blutverwandt ist Als er es in seiner eigenen Verwandtschaft darf Und auch die Frau Darf keinen Verwandten ihres Ehemannes heiraten Der ihm näher Blutverwandt ist Als sie es in ihrer eigenen Verwandtschaft darf Artikel 5 Scheidung bei Ehebruch und Unzucht Ehebruch oder Unzucht Die nach der Verlobung begangen werden Geben, wenn sie vor der Eheschließung entdeckt werden Dem unschuldigen Teil Berechtigte Veranlassung Die Verlobung zu lösen Im Fall des Ehebruchs nach der Eheschließung Ist der unschuldige Teil berechtigt Die Eheschließung gerichtlich zu erwirken Und nach der Ehescheidung Einen anderen zu heiraten Als wenn der schuldige Teil gestorben wäre Artikel 6 Näheres zur Scheidung Obwohl die menschliche Verdorbenheit Derartig groß ist Dass sie imstande ist Gründe ausfindig zu machen Um die unrechtmäßig zu trennen Die Gott in der Ehe zusammengefügt hat So ist doch nur der Ehebruch Oder solch mutwilliges Verlassen Das in keiner Weise Durch die Kirche Oder die weltliche Obrigkeit Wieder in Ordnung gebracht werden kann Ein zureichender Grund Um das Band der Ehe zu lösen Für die Auflösung der Ehe Ist ein öffentliches Und ordentliches Verfahren einzuhalten Und die betroffenen Personen Dürfen nicht ihrer eigenen Willensentscheidung In eigener Sache Überlassen werden Kapitel 25 Von der Kirche Artikel 1 Die unsichtbare Kirche Die allumfassende Oder universelle Kirche Die unsichtbar ist Besteht aus der gesamten Anzahl Der Erwählten Die in Vergangenheit Gegenwart Oder Zukunft Unter Christus Ihrem Haupt In eins vereinigt wurden Und werden Sie ist die Braut Der Leib Die Fülle dessen Der alles in allem erfüllt Artikel 2 Die sichtbare Kirche Die sichtbare Kirche Die unter dem Evangelium ebenfalls Allumfassend und universal ist Und nicht wie zuvor Unter dem Gesetz Auf ein Volk beschränkt ist Besteht aus allen denen In der ganzen Welt Die die wahre Religion bekennen Zusammen mit ihren Kindern Sie ist das Reich des Herrn Jesus Christus Das Haus und die Familie Gottes Außerhalb von ihr Gibt es keine ordentliche Möglichkeit Der Errettung Artikel 3 Das Amt der Kirche Dieser allumfassenden Sichtbaren Kirche Hat Christus das geistliche Amt Die Aussprüche Und die Ordnungen Gottes Gegeben Um die Heiligen in diesem Leben Bis zum Ende der Welt zu sammeln Und zu vervollkommen Und er sorgt durch seine eigene Gegenwart Und seinen Geist gemäß Seiner Verheißung dafür Dass sie dies überhaupt bewirken kann Artikel 4 Kirchen sind mehr oder weniger rein Diese universelle Kirche Ist zeitweise mehr Zeitweise weniger sichtbar gewesen Und die Teilkirchen Die ihre Glieder sind Sind mehr oder weniger rein Je nachdem Wie klar oder weniger klar In ihnen Die Lehre des Evangeliums Gelehrt Und aufgenommen wird Die Ordnungen verwaltet werden Und der öffentliche Gottesdienst Gehalten wird Artikel 5 Es gibt keine vollkommenen Kirchen Auch die reinsten Kirchen unter dem Himmel Sind sowohl der Vermischung Als auch dem Irrtum unterworfen Und einige sind so entartet Dass sie aufgehört haben Kirchenchristi zu sein Sondern sind vielmehr Synagogen des Satans geworden Trotzdem wird es immer Eine Kirche auf Erden geben Die Gott entsprechend Seinem Willen Anbetet Artikel 6 Christus ist das Haupt der Kirche Nicht der Papst Es gibt kein anderes Haupt der Kirche Außer dem Herrn Jesus Christus Auch der Papst von Rom Kann nicht in irgendeinem Sinn Ihr Haupt sein Sondern er ist der Antichrist Der Mensch der Sünde Und der Sohn des Verderbens Der sich selbst in der Kirche Gegen Christus Und alles Was Gott genannt wird Erhebt Kapitel 26 Von der Gemeinschaft der Heiligen Artikel 1 Gemeinschaft mit Christus Und untereinander Alle Heiligen Die mit Jesus Christus Ihrem Haupt Durch seinen Geist Und durch den Glauben Vereinigt sind Haben Gemeinschaft mit ihm In seinen Gnadengaben Seinem Leiden Seinem Tod Seiner Auferstehung Und seiner Herrlichkeit Indem sie miteinander in Liebe Vereinigt sind Haben sie untereinander Gemeinschaft An den Gaben Und Gnaden der Anderen Und sind zur Erfüllung Solcher öffentlichen Und privaten Pflichten Verpflichtet Die ihnen am Äußeren Wie am Inneren Menschen Gegenseitig Zum Guten dienen Artikel 2 Die Verpflichtung Zur Gemeinschaft Heilige Die sich als solche bekennen Sind verpflichtet Eine heilige Gemeinschaft Aufrecht zu erhalten Und zwar in der Anbetung Gottes In der Ausübung Anderer Dienste Die auf ihre gegenwärtige Erbauung Ausgerichtet sind Und auch darin Dass sie sich gegenseitig Je nach ihren verschiedenen Fähigkeiten Und Bedürfnissen In äußeren Dingen unterstützen Diese Gemeinschaft ist So wie Gott die Gelegenheiten dazu schafft Auf alle diejenigen auszudehnen Die an allen Orten Den Namen des Herrn Jesus anrufen Artikel 3 Wie Gemeinschaft missverstanden werden kann Diese Gemeinschaft Die die Heiligen mit Christus haben Macht sie in keiner Weise Des Wesens seiner Gottheit teilhaftig Noch in irgendeiner Hinsicht Christus ebenbürtig Was beides zu behaupten Gottlos Und gotteslästerlich ist Die Gemeinschaft Die die Heiligen untereinander haben Hebt den Rechtsanspruch Und das Eigentum Die jeder an seinen Gütern Und Besitztümern hat Weder auf Noch schränkt es diese ein Kapitel 27 Von den Sakramenten Artikel 1 Was sind Sakramente? Sakramente sind heilige Zeichen Und Siegel des Gnadenbundes Die unmittelbar von Gott Eingesetzt wurden Um Christus und seine Wohltaten darzustellen Und unser Anrecht auf ihn zu bestätigen Und um zwischen denen Die zur Kirche gehören Und der übrigen Welt Einen sichtbaren Unterschied aufzurichten Und die Christen zum Dienst Gottes Und die Christen zum Dienst Gottes in Christus Gemäß seines Wortes Feierlich zu verpflichten Artikel 2 Das Zeichen Und die bezeichnete Sache In jedem Sakrament gibt es eine geistliche Beziehung oder sakramentale Einheit zwischen dem Zeichen und der bezeichneten Sache Daher kommt es dass die Namen und Wirkungen des einen dem anderen zugeschrieben werden Artikel 3 Falsche und richtige Sicht der Wirkung der Sakramente Die Gnade Die in den Sakramenten oder durch sie dargereicht wird wird wenn sie rechts gebraucht werden nicht durch irgendeine Kraft in ihnen übertragen Auch hängt die Wirksamkeit eines Sakramentes nicht an der Frömmigkeit oder Absicht dessen ab der es verwaltet sondern vom Werk des Geistes und den Einsetzungsworten die zusammen mit einem Gebot das zu seinem Gebrauch die Ermächtigung gibt die Verheißung einer Wohltat für würdige Empfänger enthalten Artikel 4 Es gibt nur zwei neutestamentliche Sakramente Nur zwei Sakramente sind von unserem Herrn Christus im Evangelium gestiftet worden nämlich die Taufe und das Abendmahl des Herrn die beide von niemandem anderen als von einem rechtmäßig eingesetzten Diener des Wortes gespendet werden dürfen Artikel 5 Die alttestamentlichen Sakramente Die Sakramente des Alten Testamentes waren in Hinsicht auf die durch sie bezeichneten und dargereichten geistlichen Dinge dem Wesen nach dieselben wie die des Neuen Kapitel 28 Von der Taufe Artikel 1 Wofür steht die Taufe? Die Taufe ist ein von Jesus Christus gestiftetes Sakrament des Neuen Testamentes nicht allein für die feierliche Aufnahme des Getauften in die sichtbare Kirche sondern auch um für ihn ein Zeichen und Siegel zu sein des Neuen Bundes der Gnade seiner Einpflanzung in Christus der Wiedergeburt der Vergebung der Sünden und seiner Hingabe an Gott durch Christus um in einem neuen Leben zu wandeln Dieses Sakrament ist nach Christi eigener Bestimmung bis zum Ende der Welt in seiner Kirche fortzusetzen Artikel 2 Das äußere Element der Taufe Das äußere Element das für dieses Sakrament gebraucht werden soll ist Wasser womit der Betreffende im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes durch einen rechtmäßig berufenen Diener des Evangeliums zu taufen ist Artikel 3 Die Taufhandlung Das Untertauchen der Person im Wasser ist nicht notwendig sondern die Taufe wird auch durch Begießen oder Besprengen in der Person mit Wasser recht gespendet Artikel 4 Die Taufe von Kindern gläubiger Eltern Nicht nur die die wirklich den Glauben an Christus und den Gehorsam gegen ihn bekennen sondern auch die Kleinkinder von denen ein Elternteil oder beide Eltern gläubig sind sollen getauft werden Artikel 5 Die Taufe ist nicht heilsnotwendig Obwohl es eine große Sünde ist diese Ordnung zu verachten oder zu vernachlässigen sind doch trotzdem die Gnade und das Heil nicht so untrennbar mit ihr verbunden dass niemand dass niemand ohne sie wiedergeboren oder gerettet werden könnte oder dass alle die getauft worden sind unzweifelhaft wiedergeboren wären Artikel 6 Die Taufe ist nicht an einen Zeitpunkt gebunden zu dem sie gespendet wird wird Dessen ungeachtet wird jedoch durch den richtigen Gebrauch dieser Ordnung die verheißene Gnade nicht allein angeboten sondern sondern solchen denen diese Gnade nach dem Rat des eigenen Willens Gottes zukommt sie seien erwachsene oder unmündige Kinder vom Heiligen Geist zu der von ihm bestimmten Zeit wirklich dargereicht und übertragen Artikel 7 Keine Wiedertaufe Das Sakrament der Taufe ist jeder Person nur einmal zu spenden Kapitel 29 vom Heiligen Abendmahl Artikel 1 Die Bedeutung des Abendmahls Unser Herr Jesus setzte in der Nacht in der er verraten wurde das Sakrament seines Leibes und Blutes ein das das Abendmahl des Herrn genannt wird damit es in seiner Kirche bis an das Ende der Welt gehalten würde zur bleibenden Erinnerung oder Verwaltung an sein eigenes Opfers in seinem Tod zur Besiegelung aller daraus entstammender Wohltaten für die wahrhaft Gläubigen zu ihrer geistlichen Nahrung zu ihrem Wachstum in ihm zu ihrem weiteren Einsatz für alle Pflichten die sie ihm schuldig sind und damit es ein Bund und unterpfand ihrer Gemeinsamkeit mit ihm und untereinander als Glieder seines verborgenen Leibes sei Artikel 2 Das Abendmahl ist kein wirkliches Opfer In diesem Sakrament wird Christus nicht seinem Vater geopfert noch wird überhaupt irgendein wirkliches Opfer zur Vergebung der Sünden für Lebende oder Tote dargebracht Es ist vielmehr nur eine Erinnerung an das eine Opfer seiner selbst das er durch sich selbst ein für allemal am Kreuz dargebracht hat so wie eine geistliche Opfergabe in Form jedes nur möglichen Lobpreises an Gott für dasselbe deswegen ist das päpstliche Messopfer wie sie es nennen eine abscheuliche Beleidigung des einen und einzigen Opfers Christi das die alleinige Versöhnung für alle Sünden der Erwählten ist Artikel 3 die Durchführung des Abendmahls Der Herr Jesus hat in dieser Ordnung seine Diener angewiesen dem Volk seine Einsetzungsworte zu verkünden zu beten die Elemente Brot und Wein zu segnen und sie dadurch vom gewöhnlichen zum heiligen Gebrauch abzusondern das Brot zu nehmen und zu brechen den Kelch zu nehmen und beides indem sie es auch selbst zu sich nehmen den Kommunikanten zu geben dabei aber niemandem der dabei in der Gemeinde gar nicht anwesend ist Artikel 4 Falsche Formen des Abendmahls Privatmessen Privatmessen Alle der Natur Artikel 5 Das Verhältnis der Elemente zu Christus Die Wohin Wohl sie ihrem Wesen Wohl sie ihrem Wesen und ihrer Natur nach wahrhaftig und ausschließlich Brot und Wein bleiben, wie sie es vorher auch war. Artikel 6 Artikel 6 Brot und Wein verwandeln sich nicht in Jesus Jene Lehre, die eine Verwandlung der Substanz von Brot und Wein in die Substanz des Leibes und Blutes Christi, durch die Konsekration eines Priesters oder auf irgendeine andere Weise, behauptet, die man gewöhnlich Transubstationslehre nennt, liegt nicht nur im Widerstand mit der Schrift, sondern auch mit dem allgemeinen Empfinden und der Vernunft. Sie stellt die Natur des Sakramentes auf den Kopf und war und ist die Ursache für vielfachen Aberglauben, ja, für groben Götzendienst. Artikel 7 Der geistliche Empfang des Abendmahls Würdige Empfänger, die den sichtbaren Elementen dieses Sakramentes teilhaftig werden, empfangen dann auch innerlich durch den Glauben, wirklich und tatsächlich, jedoch nicht fleischlich oder materiell, sondern geistlich, den gekreuzigten Christus und alle Wohltaten seines Todes und nähren sich davon. Der Leib und das Blut Christi ist demnach nicht materiell oder fleischlich, in, mit oder unter dem Brot und Wein, aber wirklich nur eben geistlich für den Glauben der Gläubigen in dieser Ordnung gegenwärtig, wie es die Elemente selbst für ihre äußerlichen Sinne sind. Artikel 8 Der unberechtigte Empfang durch Gottlose und Unwürdige Obwohl unwissende und gottlose Menschen die äußerlichen Elemente dieses Sakramentes empfangen, empfangen sie doch nicht die Sache, die dadurch bezeichnet wird, sondern sind dadurch, dass sie unwürdig hinzugekommen sind, an dem Leib und dem Blut des Herrn schuldig, ihnen selbst zu Verdammnis. Darum sind alle unwissenden und gottlosen Personen, weil sie unfähig sind, die Gemeinschaft mit ihm zu genießen, auch des Tisches des Herrn unwürdig und können, solange sie solche bleiben, nicht ohne eine große Sünde gegen Christus zu begehen, an diesen heiligen Geheimnissen teilnehmen oder zu ihnen zugelassen werden. Kapitel 30 Von der Kirchenzucht Artikel 1 Jesus hat Amtsträger in der Kirche eingesetzt. Jesus der Herr hat als König und Haupt seiner Kirche in dieser eine Regierung in der Hand von Amtsträgern der Kirchen eingesetzt, die sich von der bürgerlichen Obrigkeit unterscheidet. Artikel 2 Die Vollmacht der Amtsträger Diesen Amtsträgern sind die Schlüssel des Himmelreichs übergeben worden, Kraft derer, sie die Vollmacht haben, Sünden je nachdem zu behalten oder zu vergeben. Dieses Reich von den Unbußfertigen sowohl durch das Wort als auch durch die Kirchenzucht zu verschließen und es den bußfertigen Sündern durch das Amt des Evangeliums und durch die Lossprechung von der Kirchenzucht aufzuschließen, wie die Situation es erfordert. Artikel 3 Die Notwendigkeit der Kirchenzucht Kirchenzucht ist notwendig, um Geschwister, die einen Fehltritt begangen haben, zurechtzubringen und wiederzugewinnen. Um andere vor den gleichen Fehltritten abzuschrecken, um den Sauerteig auszukehren, der den ganzen Teig verderben könnte, um die Ehre Christi und das heilige Bekenntnis zum Evangelium zu verteidigen. Artikel 4 Formen der Kirchenzucht Um diese Ziele besser zu erreichen, haben die Amtsträger der Kirche mit Ermahnung, mit zeitweiligem Ausschließen vom Sakrament des Abendmahls des Herrn und mit Ausschluss aus der Kirche vorzugehen, je nach dem Charakter des Verbrechens und der Verschuldung der entsprechenden Person. Kapitel 31 Von den Synoden und Konzilien Artikel 1 Versammlungen der Kirche Artikel 2 So wie die Obrigkeit rechtmäßig eine Synode von geistlichen und anderen geeigneten Personen berufen kann, um sich in Religionsangelegenheiten Rat und Gutachten einzuholen. So können die Diener Christi, wenn die Obrigkeit offene Feinde der Kirche sind, von sich aus Kraft ihres Amtes oder sie selbst mit anderen geeigneten Personen als Abgeordnete ihrer Kirchen in solchen Versammlungen zusammenkommen. Artikel 3 Synoden entscheiden Glaubensstreitigkeiten und Amtsverfehlungen Es ist Aufgabe von Synoden und Konzilien, Glaubensstreitigkeiten und Gewissensfälle geistlich zu entscheiden, Regeln und Anweisungen für die bessere Ordnung des öffentlichen Gottesdienstes und für die Leitung der Kirche Gottes festzulegen. Klagen, Klagen in Fällen von Amtsverfehlungen entgegenzunehmen. Und aus amtlicher Vollmacht über sie zu entscheiden. Diese Anordnungen und Entscheidungen sollen, sofern sie mit dem Wort Gottes übereinstimmen, mit Ehrerbietung und Unterordnung angenommen werden. Jedoch nicht allein, weil sie mit dem Wort übereinstimmen, sondern auch aufgrund der Vollmacht, aufgrund derer sie gefällt werden, weil es sich um eine Ordnung Gottes handelt, die zu diesem Zweck in seinem Wort eingesetzt wurde. Artikel 4 Alle Synoden können irren Alle Synoden oder Konzilien seit der Zeit der Apostel, die Allgemeinen wie die Regionalen, können irren, und viele haben geirrt. Darum dürfen sie nicht zur Regel des Glaubens und Lebens gemacht werden, sondern sollen nur als Hilfe für beides verwendet werden. Artikel 5 Synoden beschließen nur über kirchliche Dinge Synoden und Konzilien haben nichts anderes zu verhandeln oder zu beschließen, als das, was kirchliche Dinge betrifft. Sie haben sich nicht in bürgerliche Angelegenheiten einzumischen, die das Gemeinwesen betreffen, es sei denn auf dem Weg einer demütigen Bitte in außergewöhnlichen Fällen oder auf dem Weg des Ratschlags zur Beruhigung des Gewissens, wenn sie dazu von der bürgerlichen Regierung aufgefordert werden. Kapitel 32 Vom Zustand des Menschen nach dem Tod und der Auferstehung der Toten Artikel 1 Der Aufenthaltsort der Seelen zwischen Tod und jüngstem Gericht Die Körper der Menschen werden nach dem Tod wieder zu Staub und sehen die Verwesung. Aber ihre Seelen, die weder sterben noch schlafen, kehren, weil sie ein unsterbliches Wesen haben, sofort zu Gott zurück, der sie geschaffen hat. Die Seelen der Gerechten, die dann in Heiligkeit vollkommen gemacht wurden, werden in den höchsten Himmel aufgenommen, wo sie das Angesicht Gottes in Licht und Herrlichkeit schauen und auf die volle Erlösung ihrer Körper warten. Die Seelen der Bösen werden in die Hölle geworfen, wo sie in Qualen und äußerster Finsternis bleiben und zum Gericht des großen Tages aufbewahrt werden. Neben diesen beiden Aufenthaltsorten, für die von ihren Körpern getrennten Seelen, kennt die Schrift keine weiteren. Artikel 2 Das jüngste Gericht Am jüngsten Tag werden die, die als Lebende vorgefunden werden, nicht sterben, sondern verwandelt werden, während alle Toten mit genau denselben und keinen anderen Körpern, wenn auch mit veränderten Eigenschaften, auferweckt werden, wobei diese für immer mit ihren Seelen vereinigt werden. Artikel 3 Die Auferweckung der Körper Kapitel 33 Vom jüngsten Gericht Artikel 1 Alle müssen am jüngsten Tag Rechenschaft ablegen Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er die Welt mit Gerechtigkeit richten wird, durch Jesus Christus, dem alle Gewalt und alles Gericht vom Vater gegeben ist. An diesem Tag werden nicht nur die gefallenen Engel gerichtet werden, sondern gleichermaßen werden alle, die auf Erden gelebt haben, vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, um Rechenschaft über ihre Gedanken, Worte und Taten abzulegen und je nachdem, was sie bei Leibesleben getan haben, es sei gut oder böse, zu empfangen. Artikel 2 Das Schicksal der Glaubenden und der Gottlosen Diesen Tag hat Gott mit dem Ziel eingesetzt, die Herrlichkeit seines Erbarmens in der ewigen Seligkeit der Erwählten und seine Gerechtigkeit in der Verdammnis der Verworfenen, die gottlos und ungehorsam sind, kundzutun. Denn dann werden die Gerechten in das ewige Leben eingehen und die Fülle der Freude und Erquickung empfangen, die von der Gegenwart des Herrn ausgehen wird. Aber die Gottlosen, die Gott nicht kennen und dem Evangelium Jesu Christi nicht gehorchen, werden in ewige Qualen geworfen und mit ewigen Verderben von dem Angesicht des Herrn und seiner herrlichen Macht bestraft werden. Artikel 3 Der Tag des Gerichts dient der Abschreckung und dem Trost So wie Christus wollte, dass wir fest davon überzeugt sind, dass es einen Tag des Gerichts geben wird, sowohl um alle Menschen von der Sünde abzuschrecken, als auch zum größeren Trost der Gottseligen in ihrer Widerwärtigkeit. So will er auch, dass dieser Tag den Menschen unbekannt ist, damit sie alle fleischliche Sicherheit abschütteln und alle Zeit wachsam sind, weil sie nicht wissen, zu welcher Stunde der Herr kommen wird, und damit sie immer bereit sind zu sprechen. Komm, Herr Jesus, komm bald. Amen. Amen.